Was ist das Saisonziel vom VfL? Was ist das Saisonziel aufzusteigen? Arbeitskollegen, bisschen fleischig am Arbeiten. VfL-Kollegen, mein Vater ist mit dem Baby zu Hause. Ja, das ist 2,5 Wochen. Da muss ich natürlich noch zu Hause sein. Einfach weggehen. Einen schönen guten Bruder. Jetzt aber. Ich glaube, ich weiß, aber es ist schon ein bisschen her. Ja, das ist ganz großartig. Hast du Benni mal wieder gefunden? Ja, der Hund da oben ist Benni. Ja, das ist mein Geschlecht. Hallo. Hey. Ja, heute Abend. Ja, heute Abend. Ja, heute Abend. Ja, heute Abend. Hi. 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 Hi, Kussatelig. Oh, hau? What is your name? Ohh. Tudem? Ja, du kommst aus Australien? Ja. Ja, ich bin... Du? 2 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.